Das Geiseldrama auf einem Erdgasfeld in der algerischen Wüste hat offenbar eine blutige Wendung genommen. Regierungstruppen haben die islamistischen Geiselnehmer angegriffen. Das bestätigte die norwegische Regierung, die von Algerien unterrichtet wurde. In Medienberichten ist von vielen Toten die Rede. Die Terroristen fordern ein Ende der französischen Militärmission in Mali. Sie hatten gestern die Anlage in Amenas gestürmt, die von internationalen Konzernen betrieben wird. Dabei nahmen sie offenbar mehr als 40 ausländische Geiseln. In Paris ist unsere Korrespondentin Alice Fröder. Frau Fröder, welche Informationen haben Sie darüber, was sich in Algerien zurzeit abspielt? In Paris hat man zumindest jetzt bestätigt, dass eine Operation im Gange ist. Das heißt, die Operation ist noch nicht beendet. Das wurde auch aus London bestätigt. Es sollen Bombardierungen stattfinden, es sollen Hubschrauber dort über das Gelände fliegen. Mehr weiß man nicht. Das französische Fernsehen berichtet natürlich in Sondersendungen dauernd darüber, weil hier die Befürchtung sehr groß ist, dass auch Franzosen dort gefangen gehalten werden könnten. Präsident Hollande hat heute Nachmittag die Situation als sehr konfus bezeichnet, hat nur indirekt bestätigt, dass auch Franzosen davon betroffen sind. Und er soll in Kontakt sein mit dem algerischen Präsidenten. Wie gesagt, aber die Operation soll zur Stunde noch im Gange sein, noch nicht beendet sein. Was wissen Sie über die Zahl der Opfer, über die Zahl der Geiseln? Auch das ist natürlich schwer zu sagen. Hier wird immer wieder eine mauretanische Nachrichtenagentur zitiert. Nach der soll es 34 tote Geiseln und 15 tote Terroristen gegeben haben. Eben haben wir Meldungen bekommen von einer offiziellen algerischen Nachrichtenagentur. Sie meldet, dass vier Geiseln frei sein sollten. Aber das können wir von hier aus alles nicht bestätigen. Wir haben ja auch keinerlei Bilder von diesem Gebiet. Wir haben nur alte Archivbilder. Das Gebiet liegt sehr, sehr abgelegen mitten in der Wüste. Es soll ein so eine Art militärisches Sperrgebiet sein, die nächste Stadt 40 Kilometer entfernt. Man soll dieses Gelände nur mit Sondergenehmigungen betreten können oder befahren können. Ein Experte hier im französischen Fernsehen hat gesagt, es sei eigentlich unmöglich, eine solche Operation, eine solche große Geiselnahme innerhalb weniger Tage vorzubereiten. Das ist ja alles schon von langer Hand geplant gewesen. Aber auch, wie gesagt, das sind alles nur Vermutungen. Wir haben sehr, sehr wenig Informationen. Und das war aus Paris zugeschaltet unsere Korrespondentin Alice Fröder. Vielen Dank.